ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu command and conquer der tiberio konflikt remaster edition auf seiten der gdi ganz genau und wir waren letzt mal hier bei codename delphi dieser mission und haben den typen da rausgeholt unseren spion und jetzt haben wir hier die auswahl bei mission 12 in zwei länder dr möbius retten nehme ich mal das größere land ich wollte zwar die mit den startbildchen mal auf der europa karte haben aber da habe ich vergessen jetzt mission zu speichern gut egal es geht los und genießt die katz von der gdi durchgeführte nachforschungen ergaben die folgenden zahlen für krankheitsfälle im zusammenhang mit tiberium atemwegs erkrankungen genetische erkrankungen immunsystem versagen todesfälle durch tiberium kontakt durch tiberium infizierte bäume setzen sporen frei die offenbar den krankheitsüberträger darstellen die wissenschaftler der ganzen welt konzentrieren ihre forschungen auf diese tödlichen sporen tiberium ist eine neue lebensform ganz vereinfacht ausgedrückt passt es offenbar bodenbeschaffenheit fauna und umwelt der erde seinen außerirdischen überlebenserfordernissen an denn das wirklich der fall ist meine damen und herren sehen wir uns hier einem killer der gegenüber der tödlicher ist als unsere schlimmsten albträume ich darf ohne übertreibung behaupten dass dann die zukunft unseres gesamten planeten auf dem spiel steht die hilfe wird ja ein mächtiges tut mir leid dass ich so rein platze kommande aber wir brauchen ihre hilfe kane hat herausgefunden wo möbius steckt und er greift mit allem an was treibstoff hat sie müssen eine truppe zusammenstellen möbius einsammeln und ihn zu den rettungshubschraubern schaffen möbius ist verrückt aber auch der schlüssel zu diesem tiberium betzel viel glück okay uoh wir haben eine gti basis eine volle gti basis eu ein marmut habe wartet�� einfach den hubschrauber kann ich doch retten oder Wartet mal, das... Ah, wartet mal. Ja, den Hubschrauber kann ich retten. Ähm, Leute, diese Auswirkung von dem Tiberium, ne, die kommt mir ja aktuell sehr bekannt vor, ne. Atemwegsprobleme, ähm, Immunsystem, schwaches Immunsystem. Ja, kennt man doch irgendwoher im Moment. Ja, kennt man irgendwoher. Ja, genau, Leute, so. Dann, ja, dann, gut, es gibt... So, Schrauber, den kann man nicht steuern. Ach so, den kann man nicht steuern. Ja, ist in Ordnung. So, macht ein Wort bitte, Kampfpanzer, Leute. Und wir haben einen Mammut. Oh, geil, 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 geil. Und wir haben einen Raketenturm. Befestigungsturm. So sehr schön, Leute. Und bam. So. Jetzt geht's los, Leute. Das ist der Doktor Möbius, den wir eben gesehen haben im Fernsehen, Leute. Die verrückten Wissenschaftler. Sieht ein bisschen aus wie Einstein. Schaut euch das an. Richtig krass. Das macht dieses Scheiß-Flag platt, ey. Mann, 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 Leute. So, dann. Ja, liebe Leute. Das ist jetzt Mission 12 schon mittlerweile. Also, ich glaube, die drittletzte Mission ist das. Und, äh, ja, wir haben hier eine begrenzte Einheitenzahl. Leider. Und die brauchen wir irgendwie zu lange, um da diese Flag-Platt zu machen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Mach doch diese Flag-Platt. Da sieht man, dass diese Raketentürme nicht immer treffen. Genau, Leute. Wir haben begrenzt Kohle. Ja. Und müssen hier die ganze Map quasi platt machen, ne. Das ist alles so. Irgendwas ist da komisch. Hier ist so viel Grün. Genau, mach die nächste Flag im Arsch hier so. So, Leute. So, seht ihr, dass hier ist nämlich auch noch ein Weg. Hier ist auch noch ein Weg. Schaut mal da. Aha. Den Anfang würde ich erstmal speichern, liebe Leute. GTI. Zack. Und, äh, ja, da würde ich sagen, erkunden wir mal wieder die Karte. Und, äh, dann freue ich mich selbstverständlich wieder, dass ihr hier dabei seid. Einen guten alten Korne-Conquer-Remaster. Biver hier hoffentlich ziemlich bald diese Mission hier fertig kriegen. Ui. Ui. Da kommt er, da kommt er angeschissen. Okay. Der kommt angeschissen. Ach. Oh, scheiße. Das hätte ich nicht machen sollen, ey. Da ist ein Obelisk, Leute. Ja, aber vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich da den Eingang gefunden habe. Ja, kommt, Leute. Ist in Ordnung. Jawohl. Jawohl. Ist da was? Ähm. Reparatur läuft. Zack hier. Los, Leute. Ähm. Ich hab hier einen Nebeneingang gefunden. Aha, was kommt da? Ein Gummipanzer. Jawohl. Da kommt ein Gummipanzer. So. Schieß auf die Manneken drauf. Nein. Der Penner hat's natürlich auf meinen Raketenwerfer abgesehen, ne? Jawohl. Ja, aber mein Gott. So, da kommt er wieder angeschissener. Bam. Hier. So. Los. Weiter geht's. Ja, das eine Manneken. Mein Gott. So, dann würde ich sagen. Ähm. Haut mal ab. Einstein 2 haut du auch mal ab, bitte. Oh, scheiße, Leute. Das ist jetzt blöd. Das ist die Scheiße, die richtig nervig ist an denen. Die können die Türme outrangen. So, aber... Jawohl. Zell in Ordnung. Nicht schlimm, Leute. So, wir haben hier unsere Panzer. Reiche auf. In Ordnung. Äh. Muss ich gucken, ob ich das jetzt hier so schaffe, ne? Hm. Reiche auf. Oder ob ich dann doch lieber hier rein sollte, ne? Reiche auf. Wartet mal, ich speichere das nochmal. Und, ähm, ja. Dann... Schauen wir uns nochmal die Karte hier an. Da ist ein Sammler. Den lasse ich mal in Ruhe, tatsächlich. Ich will keinen Stress anfangen, Leute. Da kommt eine Artillerie. Okay. Ich will aber ums Verrecken. Keinen Stress anfangen. Ich bin in der Basis. So. Wird angegriffen. Sollte ich nicht verlassen. Reiche sie vor und holen sie Möpius raus. Anschließen wir sie... Aber der Möpius ist doch schon in der Basis. Hä? Reiche auf. Was zur... So, da ist auf jeden Fall ein Turm. Aber hier... Oha. Ach, wartet mal. Kann ich vielleicht da die Flak platt machen? Und dann Luftangriff oder so? Das wäre natürlich genial. So. Jawohl, Sir. Ja? Nee. Okay. Ähm. Da kommt die Artillerie. Ha! Der ist sogar so blöd und fährt da rein. Ja gut, na dann. Jawohl, Sir. Jetzt wäre es natürlich super. Kann ich das verkaufen? Nein, kann ich nicht. Das hier auch nicht. Fuck, Leute. Ähm. 110. Ähm. Wie viel bringt ein Kraftwerk? Jawohl. Ja, sehr gut. Ähm. Ich kann einen Wüstenjäger bauen. Das mache ich mal. So. Dann werde ich nämlich mit dem hier oben erstmal noch weiter erkunden fahren. In Ordnung. Und dann gleich in die Basis reinschauen. Vielleicht ist diese Mission ja schneller vorbei als gedacht. Ja, das muss ich gleich erstmal schauen. In Ordnung. Da ist eine Kiste mit Geld. Geil. Geil. Leute, zum Glück habe ich die gefunden, ey. Zum Glück habe ich diese Kiste gefunden. Hammer. Hammer. So. Dann geht es mal weiter. Schön weiter erkunden. Was haben wir hier oben? Ah, schaut mal da, Leute. Da könnte man jetzt... Da könnte man jetzt... Hätte ich da vielleicht den Raketenwerfer gebraucht, wa? Fahr mal rein. In Ordnung. Bestätigt. Ja, okay. Hm. Zwei Oberlisten. Die Energie ist ziemlich gut gesichert. Puh. Das könnte eng werden. Das könnte knapp werden. Weil der auch da jede Menge Einheiten drin hat, ne? Hm. Was macht man denn da? Die Werkstatt brauche ich doch nicht. So. Verkaufen wir einfach mal alles. Ne, was soll ich machen? Ich brauche halt jede Einheit hier. Ja, verstehe. So. Alles nach oben, bitte. So. Die Basis ist erkundet. Naja, wenn das alle Panzer sind, ähm... Ne, das werde ich nicht schaffen, so. Die Basis ist ziemlich gut eingerichtet von dem. Muss ich ja leider sagen, Leute. Nein, schieß doch nicht auf den Sammlung. Haha, jetzt kommt da... Jetzt kommt da raus. So. So, und bam, hier. So, los. Und weg damit. So, weg mit dem Gummipanzer hier. Mit der Artillerie. Die auch. Bam. So. Jetzt kommt da bitte Manneken raus. Oh, Mann, ey. Jawohl, schau dabei. Da können die Manneken ja ein bisschen unterstützen hier. So. Mach die Platte da. Oh, sehr gut. Und sehr schön. Zack. Nein, 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 nein. Okay, dann drauf da los, Leute. Das war's dann mit dem Gummipanzer. Dann können wir auch den Sammlerplatten machen. Zack, hier. Los. Ja, der kommt noch mal rein. Der kommt noch mal rein. Der Sack hier. Und hier, bam. So, bam. Och, du Scheiße. Jetzt kommt er aber mit allem raus, was er hat hier. So, Leute. Zack. Und das war's. Wäre gut, wenn ich dem irgendwie die Energie klauen könnte. Ich kann mich hier oben durchballern, Leute. Stimmt, ich hab ne Idee. Ich kann mich da oben durchballern. So, dann geht ihr schön auf die Raketenteile. So. Auf die Raketen-Manniken. So. Sehr gut. Da würde ich den eigentlich ganz gerne ausbluten lassen, ne? Wartet mal. Ja, ich werde mich hier oben durchballern. Ach, das ist doch ne Idee, ey. Neuer Sammler. Na ja, gut. So, Leute. Dann seid ihr jetzt Team 1. Die Männiken kommen mal nach vorne. Die können gerne Kanonenfutter sein. Genau, Leute. Die Männiken sind Kanonenfutter. So, wunderbar hier. So muss das laufen jetzt. Zack. Und zack. Und einfach hier. Und einfach hier durchballern. So. Einfach durchballern da. So. Was zur? Oha. Ein Flammenwerfer. Ja, gut. Den kriegt der aber platt. Nein. Ah. Die Drecks-Männiken habe ich vergessen, Mann. So. Oh, scheiße, Leute. Die Drecks-Männiken habe ich vergessen. Ja, das war's. Das war's. Verdammt. Scheiße. Diese scheiße Männiken habe ich vergessen, ey. Verdammt. Ja, gut, egal. Ich würde sagen, da brauche ich auch gar kein Jeep und so, ne? Ja, wartet mal. Doch, mach das jetzt platt los. Mach das platt. Hier oben das auch, genau. Kommt die Artillerie wieder reingefahren. Und dann schnapp ich mir gleich noch die Kiste da oben. So. Noch diese Flacke im Arsch. Genau. Ah. Genau. Da hole ich mir jetzt nämlich die Kiste. Wo bleibst du? Da bist du. Und bam. So. Sehr schön, Leute. Hol dir die Kiste. Und dann baue ich gleich noch ein, zwei, drei Panzer. Und da werde ich gleich noch das ein oder andere Gebäude verkaufen. Weil da muss ich irgendwie hinter reinkommen. Da oben. Ich muss da irgendwie durch. So. Da werde ich noch die Werkstatt und die eine Energie verticken. Sehr gut. Kommt ihr mal bitte nach mit hier oben mit. Und ja. Liebe Leute, hoffe ich, dass das was hat nach wie vor ihr gefällt. Das Kommandis Conquer Remaster. Wie war jetzt hier die Missionen? Hoffentlich in dieser Folge fertig kriegen. Und ja. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich da den Sommler angegriffen habe von ihm. Jawohl. So. Dann fahrt mal weiter. TG-Mailer ist so schön, so schön flott. Ja, überhol die doch. Nein, du wartest, bis der Panzer da ist. Ja, gut. Schwamm, Leute. Gut. Seht ihr das da? Die Energie, die steht nämlich hier oben. Ja. Kommen die da dran. Kommen die da dran, Leute. Wenn ja, dann ist es nämlich Jackpot. Tatsächlich. Aber nicht alle Leute. Nicht alle. Nehmen mal die kaputten, bitte. so der ist ja gut tun nicht den nicht in die reichweite des tors so dann kann der auch mal bitte wieder hier rein oder doch so leute kommt ihr da rein hier kommt da rein jackpot leute jackpot obwohl er hat dann artillerien die da angeschissen kommen ja dann kommt damit artillerien okay gut lasst ihn auf jeden fall mal rauskommen hier so nimmt die mäniken mal so nach dieser artillerie platt genau und auf das mäniken flammenwerfer von ihm unfassbar ja gut aber er hat schon keine energie mehr oder doch er hat brenner die leute ja wohl es kriegt dahin so leute fahren die mal bitte zurück die artillerie hat sich bewegt sehr gut dann hier bam und jetzt auf die energie sehr schön leute sehr sehr geil man lasst die mal schön da in die panzerarmee fahren so dann macht ihr es bitte hier die platt der mit seinen raketen manniken verdammt noch mal so er hat auf jeden fall keine energie mehr so jetzt legen die sich mit raketen wenn ich an nie niemals eine gute idee leute so aber zumindest funktionieren die obelisken jetzt schon mal nicht mehr reicht das denn überhaupt der mammut ja mal ein bisschen nach vorne fahren so genau jetzt drauf da los hey mach den platt los so auch leute macht diesen scheiß augerlisten weg wo wie soll ich das denn machen leute wenn er die ganze zeit raketen manniken baut so so die manniken sind weg so leute schwierig schwierig ja klar hat er jetzt noch eine gummipanzer gebaut dieser penner mann alter schwede leute du kriegst ja die kohle hermann so der baut immer weiter einheiten der penner der baut immer weiter einheiten boah das ist ja unglaublich das ist ja unglaublich der hat endlose geldreserven der typ unfassbar endlose geldreserven das heißt ich muss die flachs ich muss die flachs ich bin gerade in einem tunnel ja ähm man das zieht sich jetzt wieder hin so das hier verkaufen das zieht sich jetzt wieder hin diese mission ey mann 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 leute ja dann lasst euch doch nicht von dem turm abballern so jetzt fahrt da hin und macht den turm im arsch so meine fresse ey so so fahrt ihr wieder hin mein gott das kann doch nicht wahr sein das sah doch so gut aus am anfang so es kann so nervig sein leute wenn der gegner unendlich kohle hat das ist echt übel in ordnung was soll man da machen doch hier unten rein aber ne ne da unten ist zu viel gegenwehr eigentlich so dann würde ich jetzt mit dem noch einmal wieder hier rein fahren aber erst mal speichern mission so leute dann einfach rein fahren los so haben alles klar advancement lass den kommen ja du ja du nicht so mann wartet ich hab ne andere idee in Ordnung sprich definitely denn keine der Ich würde ihn jetzt nämlich ganz gerne ausbluten lassen hier. Du, Dr. Möbius. Diese Mission ist alleine für dich, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Na gut. So, jetzt kommt der Sammler und jetzt schießen die drauf, genau. Den kriegen die weg, ne? Ja. Sehr gut, Leute. Weißt du was? Lass diese Drecksmanneken einfach durch das scheiß Tiberium rennen. So. Der mit seinen Drecksmanneken da. So, bam, hier, los. Und rüberfahren. So, genau. Mein Gott. So. Die Verluste sind eigentlich schon echt übel. Puh. Puh. Aber das ist halt auch eine Taktik, ne? Den jetzt ausbluten zu lassen. Ganz streng, stringent hier bei meiner Taktik bleiben. Weil irgendwann hat der keine Kohle mehr. Seht ihr das? Irgendwann hat der keine Kohle mehr und, äh, ja. Rennt durchs Tiberium. Genau. Und ihr Scheißmanneken da oben. Drecksraketentypen. Mann. Die gehen mir richtig auf die Nerven. So. Silos sind leer. Sehr gut, Leute. Silos sind leer. Aber meine Einheiten sind auch ziemlich im Arsch. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, bestätigt. Jawohl, steig auf. Da kommt er mir noch mit einem neuen Sammler an. Und der geht da sammeln. Shit. Ja, gut. In Ordnung. Die Silos sind wieder voll. Wovon denn das? Hä? Leute. Hä? Okay. Ja, gut. Dann lasst die halt hier unten durchlaufen. Ja, oder hier. Oh, wie der sich aufteilt. Dreist. Richtig. Dreist. So. Ja, toll. Viel mehr haben wir da jetzt nicht mehr, ne? Fuck. Leute, fuck. So. Und kaputt schießen hier. Los. Stell dir bitte hier oben hin. Ja. In Ordnung. Drecks. Manneken. So. Kraftwerk ist weg. Und jetzt überfahrt die Scheiße. Diese Drecksmanneken, ey. So. Ich hau ihm die Raffinerie gleich weg. Ja. Das ist eine gute Idee, Leute. Tierraffinerie weghauen. Damit der ja nicht mehr sammeln kann, der Sack. So. Aber wenn ich jetzt hier alle meine Einheiten verliere, ist das auch scheiße. So, dann lockt die alle einfach mal hier rein. Ja, der Flammenwerfer macht natürlich auch so viel Schaden, ne? Klar. Ey, unfassbar. Der mit seinen Mäniken. Der mit seinen Mäniken. Ja, der macht den Gummipanzer im Arsch da. Jetzt hat der schon wieder Raketentypen. Ich hasse die Dinger mittlerweile, ey. Er hat sie neu gebaut. Er hat sie neu gebaut. Bitte was? Er hat sie neu gebaut. Scheiße. Ja, toll, Leute. Ich bin bei Minut 27, aber diese Mission will ich jetzt auch einfach noch hinkriegen hier. Der mit seinen scheiß Mäniken, ey. Unfassbar. Ähm. Ähm. Leute, muss ich das vielleicht sogar noch mal neu starten? Weiß ich nicht. Ich bin mir gerade unentschlossen, aber ich glaube, Leute, ich befürchte... Ja, oder... Wartet mal. Wenn ich das Spiel lade, sind die Einheiten ja auch schon ziemlich dezimiert, ne? Jetzt schon bei 28 Minuten. Ne, das kann doch nicht wahr sein. Schaut euch das an. Die sind doch schon total dezimiert. Die sind doch schon total dezimiert, die Einheiten. Aber vielleicht hilft es einfach, wenn ich da jetzt front... Nein. Es kommt dann natürlich, ne? Wenn ich da jetzt frontal angreife gleich. So. Und die Miniken einfach überfahre, Mann. Natürlich tun sie sich wieder schwer hier, ey. So. Ähm. Auf den Gummipanzer diese scheiße plattfahren. So. Genau. Und jetzt noch mal speichern. Mission 12. Gigi. Eih. So. Das muss doch irgendwie klappen. Nein. Ach Gott. Dafür habe ich doch die Miniken hier. Als Kanonenfutter. So. Ich muss einfach hier rein. Hier oben das Ding platt machen. Das, das und das. Dann kann er schon nichts mehr machen, ey. Leute, das ist doch ein Kack. No mercy. Immerhin die Mucke ist geil. Ja, der baut natürlich wie ein Weltmeister jetzt, ne? Ist klar. Der baut jetzt natürlich wie ein Weltmeister, ey. Hilft ihr zumindest mal. Kanonenfutter. Ah, das Kanonenfutter macht gute Arbeit da. Ja. So. Die Miniken. Hilft mal mit hier. Oh, toll. Ja, gut. Äh, äh. 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 Was machst du da? So. Der mit seinen Scheiß-Männiken. Ich schaue dich das an. Was will jetzt der Gummipanzer? Und da hat er noch einen Turm gebaut, der Sack hier. So. Mann. Nein. Ach, fahrt doch nicht so weit runter, Mann. Nö, kann ich wieder laden. Alter, Alter. Leute, Leute, Leute. Was ist das denn für ein Scheiß? Also, wirklich. Dass die auch immer runterfahren müssen, hm? Ah, Mann. Ihr macht auch zu viel Schaden. Das Kanonenfutter muss mal hoch hier. Also, sobald ich die Basis angreife, baut der wie ein Weltmeister. So. Ja, fahr doch in die Reichweite noch rein. Sobald ich hier in die Basis reinfahre. Ja, Mann. Oh, wie dumm muss man sein, ey. Wie blöd muss man sein. So. Mach den Turm da weg. So. Ach, nee. Jetzt kommt er wieder mit seinem Drecksmanneken an. Kampf der Manneken, ey, wirklich. So. Kanonenfutter, helft mal bitte mit. So. Mein Gott. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jetzt. Jetzt, Leute. Jetzt, 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 jetzt. Und helfen da. Und helfen. Mach diese Drecksraketentypen weg, Mann. So. Und auf die Energie. Auf die Energie. Auf die Energie. Auf die Energie. Wie lange funktionieren die denn? Jawohl, Sir. Ja, toll, aber pfff. Pfff. Wieder nicht. Wieder nicht. Ey, Leute, jetzt könnte das kommen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ist das überhaupt möglich? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist das überhaupt möglich, diese Mission? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Es muss ja möglich sein. Ja, Leute, tut mir leid, wenn diese Folge jetzt Überlänge hat. Aber ich möchte diese Mission jetzt schaffen, in dieser Folge. So. Mit einem muss ich auf jeden Fall alles ablenken. So. Dann kann ich die hier zur Unterstützung hinstellen. Von hier oben wäre es gleich die Energie abballern. Ja, Leute. Ich muss das irgendwie hier machen. So. So. Dann hier auf die Energie, Leute. Ihr stellt euch jetzt mal bitte da hinten, weil der will nämlich voll auf meine Einheiten hier oben. Der will nämlich voll auf meine Einheiten. So. Ich stelle euch bitte da hin. So. So, genau. So. Mein Gott, ey. So. So, genau. Und jetzt weiter drauf hier. Los. Ah, da kommt er schon wieder. Den Gummipanzer da. Der Gummipanzer, der nervt noch. Tja. So. Mein Gott. Ey. Ey. Das geht ja wohl gar nicht jetzt hier. Einfach überfahren. So. So. Meine Fresse. So. Du machst bitte diesen scheiß Raketentypen im Arsch. So. Die aktivieren sich nämlich immer, ne? Die scheiß Typen da. Ja, ja. So. Die eine Energie ist nämlich weg. So. Und dann sollte ich doch jetzt das eigentlich hinkriegen können. Meine Güte, ey. Meine Güte. So. Da hat er noch so einen Dreckstypen da. Mein Gott. Noch mehr. So. So. Die Probelisten, die kann er nämlich jetzt vergessen. Ich hab keine Ahnung, heute. Ich hab keine Ahnung. Einfach reinfahren. So. Baut er natürlich weiter Raketentypen, ne? So. Ey. So. Jetzt. Nö. Wieder nicht. Nö. Wieder nicht. Äh. Leute. Ja, klar. Ja, der baut halt jetzt endlos, äh. Hallo. So. Baut halt endlos Einheiten, ne? Da muss ich mich da echt ne Taktik überlegen, ey. Da muss ich mir jetzt echt was überlegen. Ich bin überfragt. Leute. Aber ich möchte diese Mission jetzt in dieser Folge. Tunnelblick, ey. So. Der fängt ja erst an zu bauen, wenn ich da reinfahre, ne? Der fängt ja erst an zu bauen, wenn ich da reinfahre. Wartet mal, Leute. Wartet mal, Leute. Die Werkstatt habe ich schon verkauft, ne? Ach, Leute. Der hat halt volle Silos. Und hier reinfahren, das bringt gar nichts. Keine Ahnung, ey. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute, was ich hier machen soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, Leute. Der Gummipanzer kommt. Kommt da jetzt ein scheiß Minniken da wieder. Ein Drecks Minniken, ey. Leute, Leute. Ja, ballert auch euren eigenen Panzer ab. Ich probiere jetzt noch was. Ich lasse den jetzt... Voll auf diesen einen Panzer da oben gehen, ja? Stell den mal in die Ecke. Nimm das Kanonenfutter. Oh, nee. Jetzt ist er da mit einem Gummipanzer gekommen. Ihr dreckigen Raketen-Fuzzis, ey. Ja, ja. Wie soll ich da reinkommen in diese Basis? Wie soll ich da reinkommen, ne? Ja, den kriegt ihr, so. Alle, bitte? Na gut, egal. So. Dann muss ich es jetzt wieder offensiv versuchen. Mann. So, Leute. Dann muss ich die Panzer jetzt mal beschützen hier. Und mich mal vernünftig hier oben reinschießen. So. Fahr doch nicht da unten hin. Genau deswegen, Leute. Ach, meine Fresse, ey. Ihr seid doch manchmal so behämmert. Die Einheiten hier. Ja, na klar. Bau noch einen Turm da hin, ey. So. Den kann das Kanonenfutter machen, ey. So, Leute. Alles klar. Dann. Bitte hier. Mann. Der baut, ne? Nicht da unten. Ihr seid doch bescheuert, Mann. Nicht da unten, ey. So. Das gibt schon wieder keinen, weil er wieder tausende Raketenmännchen baut. So. Jetzt muss die Energie schnell weg. So. Die Energie ist weg. Der Sammler ist weg. So. Ihr. Helft. So. Ihr helft hier. Die Drecksmännchen. Das wird, dass wir in Armeniken so ein Problem bereiten würden, ey. Alter Schwäle. Irgendwas ist hier in dieser Mission krumm. Ich weiß auch nicht. Was soll man denn hier machen? Wir können doch nicht alles platt machen. Frei von Flachstellungen. Müssen wir nur die Flachs platt machen? Deren Ernst? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Müssen wir nur Flachstellung platt machen? Wenn wir nur Flachstellung platt machen müssen. Dann ist das nicht das Problem, Leute. Dann kann ich die nach vorne schicken für die Obelisken. Ei, ei, ei. Ne, als alles platt machen kann ich mir echt nicht vorstellen hier. Frei von Flachstellungen. Ja. Okay. Das heißt ja eigentlich, ja. Das sagt sich so leicht, ne? Einfach nur Flachs platt machen. Ja. Ach. Was kommt denn da jetzt schon wieder? Kommt da wieder ein Manneken an. Ich kann ja auch nichts verkaufen. Leute, was ist eine anstrengende Mission noch? Mensch. Die gehen aber direkt platt hier. Der will nämlich voll auf meine Einheiten hier. Ja. Kollege, selber schuld. So. Bam. Bam. Mensch, ey. Wenn ich wirklich nur Flachstellung platt machen muss. Oh Mann. Das wäre jetzt echt mega peinlich. Wenn das wirklich alles wäre. Ja, ja. Aber seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Wir müssen gar nicht alles platt machen, glaube ich. Ne, ne. Wir müssen nur die Flachs weg machen, habe ich das Gefühl. So. Dann. Das Problem ist, der sammelt hier. Das ist echt das Problem. So, nochmal speichern. Also so langsam wird es unnormal, die Folge. Aber gut. Dann alle bitte hier hoch. Nicht durch das Tiberium. Danke. Wehe, der hat ja so eine hohe Reichweite. Ich will keinen Ärger. Wirklich nicht. Ich will nur die beiden Flachs platt machen. So. Gut. Dann kann es ja losgehen, ne. Dann macht ihr bitte jetzt hier. Genau. Das Kanonenfutter. Nein, nein. So. Dann macht ihr hier die Flachs bitte platt. Boah. Die machen mich hier fettig, ey. Boah. Diese Raketen-Benniken. Die sind so mächtig. Die sind so mächtig. Die sind so mächtig. Ey. Die sind einfach OP, diese Drecks-Typen. Drecks-Raketen-Typen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ei, ei, ei. Okay. Ähm. Was wird schwierig? Der baut ja wie verrückt, ne. Ach, Leute. Der baut ja wie verrückt. Das ist ja das Problem. Wartet mal. Ähm. Ich versuche noch ein bisschen Kanonenfutter übrig zu behalten. Ich speichere nochmal Boah, anstrengend, Leute Anstrengend, hätte ich gar nicht so gedacht Dass eine Kampagnenmission So anstrengend sein kann Wirklich nicht So Dann Zieht diese Manneken einfach hier Ins Tiberium rein Dann können die da selber drauf Gehen, ey Mensch So, einfach platt fahren Einfach platt fahren So Okay, das war doch schon mal so gut Alles klar, Leute Das Unfähre ist ja auch Der Typ hat einen Sammler wie hier nicht Natürlich, ey So Und reinziehen Und reinziehen Hier Oder überfahren am besten Am besten überfahren Mein Gott Alles klar Aber das sieht doch gut aus Speichern Okay, Leute Die sind alle angekratzt Das ist das Problem, Leute Die sind alle angekratzt Nein Okay Eine Flak haben wir weg Eine Flak haben wir weg Wartet mal Jawohl Neue Bauoptionen Jawohl So Ich hab jetzt noch eine andere Letzte Idee Jetzt hier 1.300 Ich hab beides vertickt Letzte Idee Nein Oh, das ging zum Glück gut Boah Leute Das war knapp Stell dir mal dahin So Jetzt wird's nämlich interessant, Leute Crunch-Time In dieser Mission So Ich hab jetzt vier Panzer Speichern das Ding nochmal So Der baut die nach wie vor auf Ne Okay Das Ding ist halt die Maniken da Die regen mich echt auf Und ein Flammenwerferpanzer Ja gut, aber der hat ja keine Chance hier gegen Ne Okay Drei Maniken sind weg Noch ein Flammenwerferpanzer Jetzt bohrt er wieder wie verrückt In Ordnung Breche auf So So Einfach mit Schützen überrennen Ja Nein Oh Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Der baut wie verrückt Der baut wie verrückt So Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Ich hab die Der baut wie verrückt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl! Jawohl, Sir Dann muss ich jetzt eigentlich die Chance nutzen Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir So, Leute, Los Jawohl, Sir Jawohl, Sir Und Ihr macht bitte die hier platt Und ihr macht den hier platt So So, und ihr macht bitte den da platt Die Flagge da Los, Leute Schießt doch nicht auf die Mauer, Mann So Oh, das könnte klappen Das könnte klappen Nein, es klappt nicht Das war knapp Das war knapp Aber so muss ich das machen, Leute So muss ich das machen Doch einfach eine Armee an Ich brauche einfach eine Armee an Schützen, ey Hätte ich eigentlich am Anfang schon machen können, aber So Gut Kommt ihr jetzt bitte her So, macht die kalt hier, los So Jetzt braucht er nämlich wieder wie verrückt, ey Jetzt braucht er wieder wie verrückt So Boah Der wollte gerade ballern, ey Jawohl, Sir Oh, ich habe meinen Radar fertigt Ja gut Passt schon so Ähm Was? Okay Gut, Leute Geht ihr bitte hier drauf So Schützen sind nicht zu unterschätzen, Leute Schützen sind nicht zu unterschätzen Nein Ah, das war natürlich jetzt nicht geplant Dass er jetzt da den Turm baut Aber das war gut, Leute Das war gut Ähm Das war echt gut Die Schützen sind nicht zu unterschätzen Wirklich nicht So Ich verkaufe einfach alles, was ich habe hier So Lass den Einstein da unten stehen So Der Radar auch Ich brauche jede Einheit hier, ey So Ähm Geht ihr bitte da oben hin Damit ihr da nicht wieder die Scheiße nachbaut Oder helft ihr mal Genau, helft ihr mal bitte So So, Leute Genau Hahaha Seht ihr das? So So Dann brauche ich einfach diese Masse jetzt An Menikönen Hahaha So Ja, lass sie ruhig durchs Tiberium brennen Das ist in Ordnung Weil das ist eh Kanonenfutter So Dann muss das doch gleich Ja Okay Okay, Leute Los geht's Geht rein Okay, Leute Und rein da Ach du Scheiße Boah Die Flammenwerfer Die Flammenwerfer Die sind echt heftig 52 Minuten Verdammt Oh Mann, ey Boah Ich will diese Scheiß-Pission jetzt in dieser Folge noch erledigen Mann Babababam Genau Der kann sich verziehen Moment Hier ist ja auch ne Energie Da ist auch eine Energie Mach die platt Ja, sehr schön Ah, das ist jetzt aber Ja doch, lass den Wenn die Türme nicht mehr funktionieren Ist alles gut So, da kommen nämlich meine Verstärkungstruppen Wenn die nicht mehr funktionieren Ist alles gut Aber der hat Flammenwerfer ohne Ende Ich muss einfach nur die Flak kaputt kriegen, glaube ich Nein Er hat sie nachgebaut Er hat die Energie nachgebaut Das gibt es doch nicht Er hat die Scheiße nachgebaut So, Mann Einstein, bleib bitte hier, ey Du nervst Nur wegen dir haben wir diese ganzen Probleme hier, ey So So Ihr helft mal bitte So Mein Gott So Speicher nochmal Mission 12 GDI Alter Fast eine Stunde gleich Alter Schwede, ey Ja, natürlich Komm Ist in Ordnung Dann baut er nämlich die Scheiße nach Hier So Ja, klar Kommt Ach, okay Aber die Panzer haben wir schon mal weg Er sieht doch echt gut aus Der hat halt Flammenwerfer ohne Ende Er hat halt Flammenwerfer ohne Ende So Nein Aber jetzt Aber jetzt Nein Oh Mann Oh, das war so gut Das war so gut Ich musste einfach Einheiten stehen lassen Da hinten Okay Gut Alles klar Dann baut er die Scheiße wieder auf Ach So Okay Dann Einfach reinziehen Los So Leute Bitte Bleib da mal stehen Da Du bleibst bitte da stehen Du bleibst da stehen Du bleibst da stehen Das ist jetzt echt müßig Leute Aber irgendwie Müssen wir das jetzt endlich mal hinkriegen So Da baut er die Scheiße nämlich wieder Gut Geht da drauf Leute Los Haut den Turm weg So Haut die Flak weg So So Das könnte doch jetzt klappen Nein Boah Leute Das ist doch nicht wahr Das geht mir jetzt echt langsam auf die Nerven Ich höre gleich auf Wenn das so weiter geht Das kann doch nicht sein Dass das nicht klappt Es kann doch nicht sein Dass das nicht klappt Leute Es kann doch nicht sein So Schieß ihm jetzt bitte die Energie weg So Und ihr macht das bitte So Ihr helft jetzt hier So Mein Gott ey Das kann doch nicht so schwer sein Das kann doch nicht so schwer sein Das kann doch nicht so schwer sein Leute So Jetzt Ein Schuss von einem Flammenwerfer ist aber auch unnormal Dann baut er die Scheiße nach So Und der baut wieder Raketentypen ohne Ende So Mach diese scheiß Flak weg Haben wir es jetzt So Jetzt aber Da kommt ein Gummipanzer So Jetzt aber weg hier Boah Oh Gott Oh Gott Oh Leute Ich bin kaputt Ich bin echt kaputt jetzt Was ein Scheiß Was ein Krampf Wirklich Was ein Krampf Effizienz Effizienz 100% Yeah Wenigstens das ey Boah Boah Leute Eine Stunde Ja Gut Aber es ist halt Hm Gut Leute TCI Fortschritt Es leert sich wirklich dem Ende Vorletzte Mission glaube ich Ja Gut Bonus Galerie So Oh Mann Aber wieder zwei Videos hier Alles außer die Küchenspüle Watt Okay Und der verrückte Möbius Von Angst gepackt wegen Dr. Möbius Leute Was eine Scheiß Mission Ach Gott Das war Heftig Das war echt Heftig Aber gut liebe Leute Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft Auch wenn wir jetzt eine Stunden Folge haben Aber es muss doch auch mal sein Oder Und dann würde ich mal sagen Wenn euch diese Folge gefallen hat Liebe Leute Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo Ich würde mich sehr freuen Und dann lasst die Glocke läuten Und wie es hier Ich sage jetzt immer das nächste Mal Ich muss mich jetzt erst mal entspannen Und ja Dann würde ich sagen Wollen Sie euch noch einen schönen Abend Einen schönen Tag Tschüss Tschüss Vielen Dank.